Siehst du nicht mehr? Deine Arm. Ja. Den einen habe ich ausgenockt. Die anderen weiß ich gerade auch nicht, wie du siehst. Die andere ist hier weiter rechts ein Stück. Besser als reinlaufen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Die anderen sind halt beide scheiße. Warte, ach. Du wirst wahrscheinlich vom fahrenden Motorrad ein bisschen abspringen müssen. Oh nein. Du denn? Da schwimmt einer. So, den habe ich. Aber sie sind welche auf jeden Fall. Würfte Granny? Ich war das. Achso. Komm zurück, komm zurück. Achso, ich dachte, der wirft. Komm jetzt, komm. Wir müssen hier eh lang. Oh, ich bin's nur eingebildet. Nein, hast du nicht. Boop. Oh, ich bin's nur оруж PROFIO. Das ist ganz toll. Das ist wegen der irgendwo links von uns und im rauch oder sind die im rauch tot hier links von uns einen ausgenockt komm mit komm mit die sind tot kann sein dass die unten an der küste sind die letzten ja auch schritte noch ja die laufen halt da unten lang na dann schauen wir mal ja match vorbei naja die konnten nicht so weit wie wir ich hätte noch ein vierfach scope abzugeben und ein rohn habe ich schon habe ich schon bin voll mit bis oben hin mit visieren und so hier in dem haus ist jemand bei mir hier war einer ja 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 hier im gras liegt einer direkt am baum direkt am baum sehr schön sehr schön ich hab ihn getroffen also einer ist an der mauer richtung südosten so noch der eine auf dem berg glaube ich ja ich sehe ihn richtung süden an einem baum ja geil schon wieder ein schicken lol wir sind zu krass ich hab drei kills gemacht ich hab mich sogar gesteigert lol was an dem mikohaus steht ein auto naja ja ja ich sehe sie in der kleinen offenen garage sind wir lassen sie mal ins auto einsteigen direkt am jeep also wirklich direkt am jeep hier ganz nah dran ist bei mir ich bin gleich da ich musste mich erst mal kurz heilen hinterm stein tot ich habe so daneben gesammelt jetzt hast du den kill bekommen oder egal der kann es nicht überlebt haben eigentlich vielleicht hat den einer geklaut das kann sein hier plötzlich grad wird geschossen hoch Floor ich gelb der ist was wer hat eine shot gun der hat eine shot gun sehr schön nice Das ist ne Runde, ey. Richtung 50 Grad an den Steinen sind welche. Mann! Na, einer ist durch. Direkt gestorben, Darmstein. Genau Richtung Nordosten. Weiter links ein Stück sogar von deiner Seite aus, glaube ich. Da in der Senke sind auf jeden Fall welche. Also einen zumindest. Richtung 80 Grad ist einer. Ja, der ist im Kreis. Wenn du den Stein siehst bei 60 Grad da von links. Der läuft da wieder, den du vorhin geschossen hast. Mann, wann treffe ich die denn nicht jetzt, ey? Mann ey. Ach, ist vorbei. Ich hab den im Norden gekehlt. Auf einmal war es vorbei, die Nummer. Ich zeig das immer so wenig waren. Oh, nice. Ich zeig das immer so wenigstens. Ich zeig das immer so wenigstens. Ich zeig das immer so wenigstens. Ich zeig das immer so wenigstens.